Ja, Sohn? Standest du gerade vor meiner Tür? Naja, manchmal warten halt Väter vor der Tür ihres Sohnes. Du weißt, nur für den Fall. Wie lang standest du da? Ach, pöt, ja, du weißt schon, so zwischen zwei und drei vielleicht. Zwei oder drei was? Schhh, hab dich lieb. Zwei oder drei was?